Höfer mein Name. Herr Höfer, wir hatten telefoniert. Richtig. Schön, dass Sie Interesse haben, in unserem kleinen Unternehmen mitzuarbeiten. Woher klein, aber fein? Ich sag nur ein Wort. Big Business. So, hier vorne wären dann die Büros für Buchhaltung, Finanzierung, Investitionen. Ach nee, der Herr Rossmann vom Marketing. So, und dann die Frau. Alles top, Leute. Super Betriebsklima, das kann ich Ihnen garantieren. Heute fährt man doch in erster Linie da, wo man einen guten Parkplatz bekommt. Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was es heute an Schmackhofer zu gibt. Jetzt aber Ihr Büro. Und das könnte Ihrer sein. Schauen Sie mal, Frau Roth, bitte schön. Und lecker, lecker Nachtisch. Also, wann können Sie bei uns anfangen? Du verdienst mehr. Lass dich beraten und bilde dich jetzt weiter. Du verdienst mehr.